Im Rammstein-Skandal hat sich erstmals ein Mitglied der Band offiziell und direkt geäußert. Es handelt sich um Schlagzeuger Christoph Schneider und er distanziert sich von den Partys, die Till Lindemann veranstaltet hat, spricht von Privatpartys, die da quasi abgelaufen sind. Ich zeige euch gleich, was Christoph Schneider heute dargestellt hat in einem Instagram-Post, sage euch auch, ob das rechtliche Konsequenzen hat und der Hinweis, dass gegen die Casting-Direktorin Alina Makewa auch ein Strafverfahren eingeleitet worden ist. Das und viel mehr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Sommecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. In den letzten Tagen habe ich immer mal wieder über den Rammstein-Skandal berichtet. Wir haben gesprochen über Vorverurteilung, wir haben über Sexualdelikte gesprochen, die im Raum standen, wir haben aber auch über andere Stimmen gesprochen, wie die von Sophia Thomaller, die sagen, das kann ich mir alles gar nicht vorstellen bei Till Lindemann. Wer aber stumm war in der letzten Zeit, das war die Band selbst. Die hat sich nicht geäußert, sie hat sich nur über Anwälte geäußert. Das ging auch so ein bisschen hin und her. Die Band hatte eigene Anwälte aus Hamburg, die haben gesagt, die Opfer sollen sich äußern. Till Lindemann hatte eine Kanzlei aus Berlin, die hat gesagt, bloß nicht da verbreitet werden. Und das ist auch unwahr, dass hier K.O.-Tropfen oder Drogen verabreicht worden sind. Es gab also keine direkten Statements, auf die ist aber immer gewartet worden. Und jetzt gibt es ein erstes direktes Statement von Rammstein-Drummer Christoph Schneider. Was er zu sagen hat, dazu gleich mehr. Vorher aber noch der Hinweis, dass auch gegen Alina Makewa ermittelt wird. Also die Assistentin, die die Privatpartys engagiert haben soll, das geht aus einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft hervor. Es ist offenbar so, dass die Staatsanwaltschaft Berlin nicht nur gegen Lindemann ermittelt, sondern eben auch gegen Alina Makewa. Interessant übrigens auch, dass die beiden Strafanzeigen von Dritten erstattet worden sind. Es ging um Strafanzeigen gegen Till Lindemann. Und die sind eben nicht erstattet worden von Betroffenen, sondern von Dritten. Darauf hat die Staatsanwaltschaft nochmal ganz genau hingewiesen. Kommen wir zum Statement von Christoph Schneider. Beziehungsweise bevor wir zum Christoph Schneider Statement kommen, ein kleiner Hinweis meinerseits. Checkt mal kurz aus, wenn ihr Rammstein schon auf dem Streaming-Dienst Deezer hört, kann ja gut sein, ob ihr auch vom Deezer-Daten-Lag betroffen seid. Das geht ganz einfach, wenige Sekunden dauert das, ihr müsst einfach nur auf den QR-Code gehen oder unten in der Caption den Link anklicken. Kommt dann auf diese Seite und wenn ihr betroffen seid, versuchen wir 1000 Euro für euch zu erstreiten. Das ist Christoph Schneider, der Drummer von Rammstein und er hat folgendes Statement heute abgegeben. Liebe Leute, ich möchte gerne meine persönlichen Emotionen und Gedanken mit euch teilen. Die Anschuldigungen der letzten Wochen haben uns als Band und mich als Mensch tief erschüttert. Euch Fans sicherlich ebenfalls. Ich fühle mich wie im Schock durch die Dinge, die in den sozialen Medien und der Presse über unseren Sänger geteilt und gedruckt wurden. Dies ist für uns Bandmitglieder und die Crew ein Ab und Auf der Emotionen. Und jetzt wichtig, das ist schon eine sehr gute oder klare Aussage, die jetzt von ihm kommt. Nein, ich glaube nicht, dass etwas strafrechtlich Relevantes, wie zum Beispiel der Einsatz von K.O.-Tropfen, passiert ist. Damit liegt Christoph Schneider voll auf Linie der Berliner Anwälte, die für Till Lindemann sagen, keine K.O.-Tropfen und keine Abfüllen von jungen Menschen. Nein, ich glaube nicht, dass etwas Verbotenes vor sich ging. Habe so etwas nie beobachtet oder dergleichen auch von niemandem aus unserer hundertköpfigen Crew gehört. Alles, was ich von, und da wird es auch interessant, Tills Partys mitbekommen habe, waren erwachsene Menschen, die miteinander gefeiert haben. Und trotzdem sind anscheinend Dinge passiert, die, wenn auch rechtlich okay, ich persönlich nicht in Ordnung finde. Das geht noch ein bisschen weiter, aber bis hierhin schon mal meine Einschätzung. Er sagt also, gibt auch gleichzeitig eine juristische Einschätzung ab und er sagt, rechtlich ist das alles sauber abgelaufen, die Partys. Das waren Mädels, die konnten für sich entscheiden und die sind nicht unter Druck gesetzt worden. Da geht er gleich in den weiteren Texten noch drauf. Er sagt, außerdem hätte es doch jemand aus der Crew mitbekommen müssen. Man sieht allerdings dagegen, gegen sein Statement, auch viele Medienrecherchen, die sagen, naja, da gab es schon Mädels, die nicht mehr wussten und wo oben ist. Aber da sieht es so aus, dass Christoph Schneider der Meinung ist, die Mädels wussten aber, worauf sie sich einlassen. Das ist jetzt seine persönliche Meinung. Gehen wir mal weiter. Gewisse Strukturen sind gewachsen, die über die Grenzen und Wertvorstellungen der restlichen Bandmitglieder hinausgingen. Und auch hier sagt er wieder, wir anderen, nicht Till, hat es vielleicht härter getrieben, härter gefeiert. Es ist uns auch deshalb wichtig, dass Tills Partys nicht mit unseren offiziellen Aftershow Partys verwechselt werden. Ihr wisst, dass ja manchmal gesagt worden ist, das waren After-Aftershow Partys. Das heißt, Tills Partys haben sozusagen noch hinter der Aftershow Party oder es gab Pre-Aftershow Partys oder eben diese Row-Zero Partys, die dann ja letztlich irgendwo unter der Bühne stattgefunden haben. Das scheint aber alles nur mal von Till gewesen zu sein. Der scheint sich das auch alles selbst organisiert zu haben. Also hier eine klare Distanzierung von Christoph Schneider. Und es erscheint auch ein Stück weit für die Band zu sprechen. Till hat sich in den letzten Jahren von uns entfernt. Also er spricht ja im Plural von uns, der Band, und sich seine eigene Blase geschaffen. Mit eigenen Leuten, eigenen Partys, eigenen Projekten. Also interessant, das Rammstein-Konzert und Lindemann feiert seine eigene Party. Und man sieht, er ist auch darüber enttäuscht. Das hat mich traurig gemacht, definitiv. Ich glaube, Till, wenn er uns sagt, dass er seinen privaten Gästen stets eine schöne Zeit bereiten wollte und will. Auch interessant. Also Lindemann selbst sagt von sich, ich will doch nur was Beste für die Mädels dort. Muss man auch mal schauen. Und jetzt geht es weiter, wie diese Gäste sich das genau vorgestellt hatten. Unterscheidet sich jedoch anscheinend in einigen Fällen von seinen eigenen Vorstellungen. Also klar, wenn man Kaya Scheiks sieht, da hat die sich überhaupt nicht vorgestellt, dass da zu Sex kommen sollte. Lindemann hat sich offenbar in vielen Fällen vorgestellt, dass es zu Sex kommt. Also da muss man ja wirklich sagen, ist eine Abweichung. Die Wünsche und Erwartungen der Frauen, die sich jetzt gemeldet haben, wurden wohl nicht erfüllt. Sie haben sich laut ihren eigenen Aussagen unwohl gefühlt. Das kann man so sagen. Am Rande einer für sie nicht mehr kontrollierenden Situation. Finde ich gut und sachlich diese Aufbereitung hier von Christoph Schneider. Das tut mir leid für sie und ich spüre Mitgefühl. Finde ich auch erstmal gut. Er selbst sagt, dieses Unwohlsein der Frau und all das hat er nicht mitbekommen und die Band offenbar auch nicht, weil das Tills Partys waren. Es ist mir auch wichtig, etwas Objektives zu betonen. Jeden Gast im Backstage-Bereich steht es frei, wieder zu gehen. Er muss vielleicht kurz warten, um von einer Security sicher zum Ausgang gebracht zu werden. Alle Flaschen sind versiegelt und werden von den Augen der Gäste frisch geöffnet oder sie öffneten diese selbst. Wasser und Snacks stehen genau wie Sicherheitspersonal und medizinische Versorgung jederzeit zur Verfügung. Wir wollen, dass sich all unsere Gäste bei uns wohl und sicher fühlen. Also auch da wieder der Hinweis, die Gäste sind bei uns sicher. Er spricht natürlich von den Backstage-Partys. Er war ja bei den Backstage-Backstage-Partys voll Till Lindemann nicht dabei. Also kann man jetzt nicht unbedingt sagen, ob das schon Beweise dafür sind, dass da gar nichts passiert ist, dass da keiner abgefüllt worden ist. Das sagen ja die Medienanwälte von Till Lindemann. Hier ist keiner bewusst abgefüllt worden, um dann Sex mit Till zu haben. Hier ist keinem ein K.O.-Tropfen-Serum verabreicht worden. Weiter heißt es, wir wollen, dass sich alle unsere Gäste bei uns wohl und sicher fühlen. Das ist unser Standard. Deshalb tut es mir leid zu hören, dass dies manche nicht so empfunden haben. Wir haben die großartigsten Fans der Welt und alle verdienen einen respektvollen Umgang. Es tut mir leid für alle, die sich bei uns Backstage nicht wohlwollend behandelt oder unsicher gefühlt haben. Auch für Shelby, Shelby Lynn, die das Ganze ja Vorrang gebracht hat. Sie hätte ein tolles Konzert und einen wunderschönen Abend verdient gehabt, sagt hier Christoph Schneider, der Rammstein-Drama. Aber er sagt auch, ich möchte aber nicht, dass dieser ganze Öffentliche die Sput um unsere Band die Extreme füttert. Und jetzt geht es um Social Media, wie hier Instagram. Weder das durch unsere Gesellschaft noch nicht gezähmte Beast Social Media, noch paternalistische Tendenzen, Frauen Mitte 20 die Fähigkeit abzusprechen, selbstbestimmt über ihre Sexualität zu entscheiden und auch keinesfalls das Victim Blaming, damit sich weiterhin Menschen darüber zu sprechen trauen, wenn ihnen etwas passiert. Also er sagt, das sind selbstbestimmte Frauen, aber wir dürfen natürlich jetzt auch nicht dafür sozusagen die Frauen auch nicht in die Ecke drängen, wenn es da wirklich Opfer gab. Ich wünsche mir ein ruhiges, besonderes Reflektieren und Aufarbeiten, auch in unserer Band. Und zwar alle gemeinsam zu Sext. Wir stehen zusammen. Euer Christoph Schneider. Ja, das sind schon harte Worte einerseits, weil man sich so krass von Till Lindemann distanziert. Sie sahen immer so aus wie eine geformte, zusammenstehende Band. Jedenfalls klar, auf der Bühne müssen sie ja auch, um diese Performance abliefern zu können. Und jetzt sieht man, nee, einer hat sich entfernt. Aber man möchte eigentlich gerne wieder zusammenstehen und das gemeinsam aufarbeiten. Man muss schauen, was die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen bringen. Ja, der Staatsanwaltschaft des Berlin ist dran. Dazu können wir jetzt nicht mehr sagen. Sie werden die Frauen befragen. Es gibt viele Frauen, die sich geäußert haben, gesagt haben, hier ist Lindemann zu weit gegangen. Hier lagen wir mit ihm im Bett, ohne gewusst zu haben, wie wir da hingekommen sind. Sowas wären in meinen Augen, muss ich sagen, wenn sich es bewiesen ließe, Straftaten. Schneider sagt, ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Also erste Äußerung von einem Rammstein-Mitglied. Das ist meine erste Einschätzung zu dem, was Christoph Schneider hier heute bei Instagram veröffentlicht hat. Wir verfolgen den Fall Rammstein auf jeden Fall auf diesem Kanal weiter. Deswegen lasst ein Abo da, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn wir uns hier auch in Zukunft wiedersehen. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls gefallen könnten. Wir sehen uns ansonsten am Montag an gleicher Stelle schon wieder. Danke, dass ihr meine Gäste wart. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.